Stell dir vor, du lebst das sogenannte Traumleben. Du verdienst unfassbar viel Geld, alle lieben dich, du siehst toll aus und dir fehlt es eigentlich im Leben an nichts. Was aber passiert, wenn du dieses Leben komplett hinter dir lässt, um ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen? Dazu hat sich ein Model und auch eine Influencerin entschieden, denn sie ist in sehr, sehr jungen Jahren sehr bekannt geworden, meiner Meinung nach zu bekannt, und hat sich entschieden, alles hinter sich zu lassen. Ob sie am Ende damit glücklich ist oder nicht, sehen wir jetzt im Video von Daisy, denn sie hat ein sehr gutes Video zum Thema vom Influencer zum Midijobber, warum sie ihre Karriere freiwillig aufgab, gemacht. Das Video ist unten in der Beschreibung, wie immer das Original, und ich habe zu dem Thema sehr viel zu sagen, deswegen macht eure Lauschis auf, denn wenn du dich entscheidest, in dem Job vielleicht zu arbeiten, ich erzähle euch jetzt mal hier so ein paar Sachen, die ich so hier in Form von Videos nie erwähnt habe, da ich der Meinung bin, dass man gewisse Leute, die ein Böses wollen, nicht befeuern soll, aber ich glaube, es ist auch wichtig, gerade zu dem Thema mal was zu sagen, was hinter den Kulissen abgeht, worüber wir oft nicht sprechen mit euch, weil uns da teilweise die Hände gebunden sind, aber ja, dieser Job birgt einige Gefahren und darüber spreche ich heute auch sehr offen mit euch. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und Erfahrungen zu dem Thema, und wir gehen rein in dieses, würde ich sagen, schon mehr als trauriges Video, aber ich glaube, mit einer sehr wichtigen Erkenntnis. Stell dir vor, du schaffst es mit gerade einmal 18 Jahren genau das Leben zu führen, wonach sich so viele Menschen sehnen. Du bist eine erfolgreiche Influencerin mit Hunderttausenden von Followern auf allen Plattformen, du ziehst nach L.A., lebst das kalifornische Leben, verdienst dabei als einer der ersten Menschen Geld mit süßen Instagram-Posts und wirst auch noch von der erfolgreichsten Model-Agentur der Welt gesigned. Die Welt liegt dir zu Füßen und deine Zukunft als erfolgreiches Model und Influencerin steht bereits in den Sternen geschrieben. Bis... Ja, sie sagt es eben, das Traumleben. Also ich habe damals meinen YouTube-Kanal vor neun Jahren gestartet, 2015. Ich war zu der Zeit 25, war in meinem Studium, habe schon auch gearbeitet und ich glaube, das war eine gute Zeit. Ich hatte die ersten dreieinhalb Jahre keine 10.000 Abos auf YouTube, habe da einfach mein Ding gemacht aus Hobby und ich glaube, das war richtig. Ich glaube, bitte, 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 fangt nicht zu früh damit an. Ich sage es ja oft genug, man spricht nie über die Dinge hinter den Kulissen. Ich spreche es jetzt hier einfach mal an. Ich hatte jetzt die letzten... Letztes Jahr vom Oktober bis März, April einen ganz, ganz ätzenden Fall von einer Person, die wahrscheinlich nicht zurechnungsfähig war. Es war keine parasoziale Beziehung, sondern diese Person war der Überzeugung, dass ich ihre Nobelpreisarbeit geklaut habe, dass ich bei der Person ins Haus eingebrochen bin und sie beim Masturbieren gefilmt habe und diese Person damit erpresse, dass ich der Person einen Trojaner auf den PC geschickt habe und mich so an die Nobelpreisarbeit gehackt habe. Diese Person war der Überzeugung. Und da kamen wirklich über Wochen, alle halbe Stunde, die schlimmsten Morddrohungen an mein altes Management, an mein neues Management. Es wurden auch noch ein paar andere Kollegen sehr bedroht. Die Person wurde auch, da muss ich sagen, echt Dank an die Polizei, beide das sehr ernst genommen. Sie haben die Person auch sofort ermittelt, rausgefunden. Die Person wurde dann auch vorgeladen, ist aber gerade, wie gesagt, on hold, weil ich glaube, die Person gerade nicht in der Lage ist, irgendwie vor Gericht zu kommen, keine Ahnung. Jedenfalls war das sehr unschön und hat mir schon sehr Angst gemacht, auch gerade bei Community-Treffen, weil die Drohungen waren sehr konkret. Und ich hatte nicht viele Probleme mit parasozialen Beziehungen, aber dass sowas passiert, hätte ich auch nie denken können. Es wird immer Leute geben, die versuchen, Daten von dir zu bekommen, dich zu hacken, Sonstiges, dich belästigen, dich bedrohen und Sonstigen Shit. Und ich glaube, das sind Beleidigen und Sonstiges Zeug machen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die viel zu sehr unterschätzt werden. Und ich glaube, dass auch wenn du zu jung bist, das Ganze macht auch was mit dir. Also es gibt schon echt ein paar Leute, mit denen ich groß geworden bin, wo ich sage, mit denen habe ich nicht mehr viel zu tun, weil ihnen ein bisschen der Fame zu Kopf gestiegen ist und sie irgendwie denken, ihnen gehört die Welt und sie sich unmöglich benehmen. Und ich glaube, umso jünger du bist, ist ja auch bei Stars oft so, dass alle dir einen Arsch kriechen, alle nett zu dir sind, du unfassbar viel Geld verdienst, du einfach denkst, du bist was Besseres. Und ich bin immer wieder geschockt, wenn ich mitbekomme, dass Leute, die ich eigentlich sehr nett empfunden habe, zu Leuten hinter den Kulissen sehr scheiße und arrogant sind. Da bin ich jedes Mal enttäuscht, wenn ich das höre. Weswegen ich sage, formt erstmal euren Charakter, geht erstmal arbeiten, lernt mit Geld umzugehen, lernt Steuern zu zahlen und kommt mal klar so. Man sieht immer nur das hier, was das aber alles bedeutet oder auch hinter meinen Kulissen, wie oft ich Stress hatte und übermüdet war und mich da halb überhustelt habe. Das sieht man nicht so. Und was diese ganze Social Media und der Öffentlichkeitssache mit sich bringt, schwierig. Deswegen bleibt da fern erstmal. Das sage ich ja immer. Die Noten, die wichtig sind oder die einzigen Zahlen sind erstmal die in eurem Zeugnis und alles andere ist egal, wie viel Likes du oder sonst was hast. Du bist deswegen nichts Besseres. So, das wollte ich nur dazu sagen. Dir Dinge klar werden. Dinge, die die meisten erst Jahre später realisieren. Und du willst kein Teil mehr davon sein. Also gibst du alles auf, was du dir aufgebaut hast. Du gibst deine gesamte Online-Karriere auf und verschwindest von Social Media. Ja, ich meine, Justin Bieber hat ja auch gerade so ein bisschen einen Breakout, dass er ja auch sagt, er hatte keine Kindheit. Er hatte mit shady Leuten zu tun. Und wie viele Kinderstars, die keine Kindheit hatten, haben heute einfach ein sehr, sehr schwieriges Leben. Einfach mal dieses Leben zu genießen und einfach mal sich selber eine Persönlichkeit zu entwickeln. Nicht in Form von in der Öffentlichkeit. Ey Gott, was habe ich mit 16 Jahren auf YouTube? Never ever. Das hätte nie funktioniert. Manches braucht einfach Zeit und es ist auch nie zu spät, um mit Social Media anzufangen. Ich finde, man sollte einfach so sein Leben in den gewissen Bereichen, die ich gesagt habe, wie sei es irgendwie Job oder man sagt, man studiert noch oder Sonstiges einfach im Griff haben, bevor man sich in diese Welt reinstürzt, um auch so ein bisschen diese Bescheidenheit nicht zu vergessen und dieses auf dem Boden bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Essenas Aufstieg. Habe ich nie von gehört. Ja, wahrscheinlich aber schon eher. Bereits mit... Das ist auch nicht respektlos gemeint, aber sie wird mich auch nicht kennen. Ich bin in dem TikTok-Game und Instagram-Ding sowieso komplett raus. Ich meine, Instagram mache ich, aber ich poste da nicht wirklich viel Beiträge, sondern eher Storys. Also folgt mir gerne, wenn ihr Bock habt, für wunderschöne Bilder wie dieses hier. Ähm, deswegen, ja. Zwölf Jahren verfolgte Essena das Ziel, auf Social Media berühmt zu werden und mit 15 erstellt sie dann ihr Instagram-Account mit dem Traum, Model zu werden. Und ab diesem Punkt beginnt sie, Bilder zu posten, die das Leben eines perfekten Teenagers zeigen. Also schlank, braungebrannt, glücklich, in die Kamera lächelnd und mit Bikini-Fotos am Meer. Boah, ich muss auch sagen, Instagram ist so gar nicht meine Plattform. Also wenn ich überlege, wenn ich im Urlaub bin, ich habe es schon mal gesagt, ich mache keine Fotos und wenn ich da immer irgendwie wissen müsste, ich muss jetzt ein Foto kriegen, ich muss jetzt posieren. Mir ist es auch so peinlich, vor allem Menschen da irgendwie rumzuposieren. Respekt, wenn andere das können, ich kann es gar nicht. Ich schäme mich da einfach immer sehr und fühle es gar nicht. Deswegen, da bin ich sehr froh, dass ich auf Instagram für Bilder, denen ich absichtlich bescheuert aussehe, die meisten Likes bekommen, als auf Bildern, wo ich versuche, hübsch auszusehen. Das ist auch ein interessantes Konzept, oder? 2013 startet sie im Alter von 16 Jahren dann ihren YouTube-Kanal, wo sie sich vor allem auf die Themen Fitness und Gesundheit fokussieren möchte. Ich bin Sainer Neal und das ist mein erstes Video, das ich ever gemacht habe. Und so wird sie als Veganerin zusammen mit dieser High-Carb-Low-Fat-Vegan-Ära auf YouTube, by the way, wenn ihr noch nie davon gehört habt, dann checkt unbedingt dieses Video dazu. Oh, das ist so gestört gewesen. Ja, das haben wir auch zusammen angeschaut. Ja, ganz, ganz schwierig, habe ich auch schon oft gesagt. Die können auch gefakt und gestellt sein und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mitbekomme, wie viele von diesen Fitness-Influencerinnen teilweise vor ihrer Fitness-Karriere Essstörungen hatten, vielleicht sogar noch haben, für euch verheimlichen oder immer noch an der Body-Dysmorphen-Störung irgendwie krass leiden und dann aber What I Eat In A Day machen. Also da habe ich auch letztens What I Eat In A Day gesehen von jemandem, mit der habe ich zum Glück nichts mehr zu tun, wo aber auch zu Recht die Leute drunter geschrieben haben. Also da ist ja nichts gegessen worden, außer irgendwie Flüssigzeugs und sau wenig Kalorien und keine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und ich finde es ganz schwierig und ganz unverantwortlich, wenn man sowas hochlädt. Weswegen ich ja auch alle meine Videos, wo ich irgendwie mal Workouts gemacht habe oder sonst irgendwas, alles offline genommen habe. Ich möchte kein Beispiel für euch sein. Ich möchte kein Paradebeispiel sein. Ich möchte euch nicht zeigen, was ich am Tag esse oder sonst was. Das wisst ihr schon selbst am besten und eifert da bitte niemand nach, weil ich möchte am Ende nicht schuld sein, wenn jemand so versucht auszusehen, wie ich so isst wie ich und dann in eine Essstörung gerät. Und deswegen guckt euch das bitte nicht an von irgendwelchen Models oder sonst was. Die verdienen ihr Geld damit, deren Körper ist deren Kapital. Ihr habt einen ganz anderen Alltag und vielleicht einen ganz anderen Stoffwechsel. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht. Wer mal abnehmen möchte, macht es auf eine gesunde Art und Weise mit einem ganz kleinen Kaloriendefizit oder keinen und macht zusätzlich ein bisschen Sport. Geht am Tag seine 5.000 bis 7.000 oder 8.000. Von mir aus auch 10.000 Schritte. Aber fangt langsam an. Auch hier abnehmen ist nicht schnell, schnell, schnell. Das braucht einen Prozess. Euer Körper braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Man braucht Zeit, Ernährung umzustellen. Und man will es ja auch langfristig halten. Deswegen bitte, eifert nicht solchen Leuten nach. Und ich kann es euch wieder sagen, eine Freundin und ich, wir sind identisch gleich groß und wiegen identisch gleich viel. Und sie sieht mit dem gleichen Gewicht nicht so gut aus, wie wenn sie mehr drauf hätte, weil ihre Figur einfach anders ist. Sie sieht einfach besser aus, wenn sie mehr wiegt. So, das ist genau das. Du verlierst überall anders Fett. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer mehr an den Beinen gehabt und oben bin ich immer schlank. Ab einem gewissen Gewicht sehe ich normal aus. Aber wenn das Licht von oben runter scheint, siehst du hier meine Knochen. Weil ich dann einfach schon kein Fett mehr habe. Weil mein Fett sich anders abbaut. Deswegen jeder Körper ist anders. Und dann musst du sagen, ey, ich muss wieder mehr essen, weil das passt nicht zu meinem Körper. So, deswegen bringt es mir nichts, wenn ich mir am Ende YouTuberin, Fitnessinfluencerin XY anschaue, und sage, ich will genauso Beine wie die. Wenn ich Beine will wie eine Pamela Reif, dann sehe ich oben aus wie ein Skelett. Ich werde nie so schlanke Beine haben. Das ist vollkommen okay, weil ich habe einen anderen Körper und der funktioniert anders. Und der ist cool, so wie er ist. So, please, stop it. Genauso wie zu einem Schönheits-Doc zu gehen und sagen, ich möchte die Nase von der Person und ich möchte die Brüste von der Person. Das wird bei dir immer anders aussehen. Wir sind ja keine Puzzlestücke, die du zusammen puzzeln kannst. Und trotz ihres scheinbar perfekten Lebens hatte sie einfach eine sehr reale und sympathische Art an sich, weshalb ich und viele andere ihr folgten. Ja, und deswegen sollte man ihr folgen, ihre sympathischen und tollen Art. Und nicht, weil man sagt, ich möchte auch so aussehen. Aber das ist natürlich mitgehangen, mitgefangen. Das passiert halt zwangsläufig, ne? Leute, Fun Fact. Ich habe damals sogar diese teure BB-Cream von ihr nachgekauft, weil sie einfach in diesen Videos diese glowy, perfekte Haut hatte. Nur leider sah es bei mir damit nicht mal ansatzweise so aus wie bei ihr, weshalb ich das einfach nach zehn Jahren immer noch nicht aufgebracht habe. Ich hatte die auch, aber ich hatte die tatsächlich, wusste gar nicht, dass die von ihr war. Ich fand, das war nicht von Jan Iredale, oder? Nee. Ich benutze immer nur Puder, und zwar mit UV-Schutz. Ich mag so flüssiges Make-up gar nicht. Das Puder trägt sich auch nach ein paar Stunden ab, wie jetzt hier. Seht ihr diesen Pickel? But I don't give a fuck. Oder meine Nase wird wieder rot. Das ist mir egal. UV-Schutz ist aber gut. Cremt euch ein. Lasst euch die Rücken eincremen. Auf der Gamescom kann ich es auch für euch machen. Kommt alle so oben, ohne so in die Rücken eingecremt zu bekommen. Ich nehme das jetzt zurück. Denn am Ende ist es die Haut, die gut aussehen muss, damit das Make-up oder die BB-Creme so flawless aussehen können. Und genau das bringt mich zum heutigen Sponsor des Videos, nämlich Formalskin. Ich zähle nämlich zu den Menschen, die leider nicht so viel Glück mit ihrer Haut hatten. Ich wollte gerade sagen hatten, weil sie hatte eine sehr gute Haut. Ich hatte nämlich in meiner gesamten Jugend ziemlich starke Akne und daraus resultierend bis heute eine recht unebene Haut mit Aknenarben. Und ich wünschte, es hätte damals schon sowas wie Formalskin gegeben. Ja, aber ich finde ihre Haut war es ungeschminkt echt gut. Ich mache übrigens auch gerade eine Korean Skincare seit jetzt fast schon drei Monaten. Ich glaube, es werden vier Monate bei einer Dermatologin, die auf Korean Skincare auch spezialisiert ist. Sehr spannend, sehr anstrengend. Die Ten Slips Skincare Routine braucht mich jeden Morgen eine halbe bis dreiviertel Stunde und jeden Abend auch. Ich hasse es. Und ich hatte jetzt auch eine lange Zeit Skin Purging. Und in einem Monat bis eineinhalb schauen wir uns das Ergebnis an, weil ich muss auch mit der Sonne aufpassen und bin sehr gespannt aufs Ergebnis, weil sie quasi auch ein Gerät hat, wo du auch unter die Haut siehst, was du mit dem bloßen Auge nicht erkennst. Das kommt auch hier als Video auf den Drittkanal, aber das dauert noch ein bisschen, weil ein paar Tage haben sie sich verschoben, dadurch, dass ich auch in Japan war und alles. Und da, oh Gott, meine Haut, ich bin da wieder in die Sonne. Ich gehe nie in die Sonne und da war ich wieder in die Sonne. I don't know. Jedenfalls interessant und ich glaube, auch hier weniger ist mehr. Deswegen seid gespannt, denn ich habe auch hier auf TikTok teilweise echt gesehen, wie Leute so Ten Steps Korean Skincare Routinen gezeigt haben, danach komplett rote Haut hatten und es muss ja auch auf deinen Hautton abgestimmt werden. Und meine Dermatologin war schon nach zwei Monaten an einem Punkt bei mir, wo sie gemeint hat, Abbruch, Abbruch, aber jetzt war es doch wieder ganz gut. Deswegen, das werdet ihr alles komplett ehrlich, transparent gezeigt bekommen, weil ich finde, man muss nicht immer jeden Trend mitmachen. Wir sind mal gespannt, was rauskommt. Also ich finde, meine Haut ist schon besser geworden, aber gucken wir mal, ob es das wirklich wert ist. Stay tuned. Denn bei Formel Skin bekommst du auf deine Haut und deine Bedürfnisse einen Behandlungsplan und eine personalisierte Wirkstoffformel zu dir nach Hause geschickt und das Ganze verschrieben und begleitet von Ärzten. Zunächst füllst du einfach online einen Fragebogen zu deiner Haut aus und lädst drei Bilder hoch. Aber ich muss sagen, da hätte ich schon sehr viele Probleme gehabt, weil ich selber habe gedacht, ich habe eine trockene Haut. Ich dachte, ich habe eine fettige Haut, weil ich immer übelst glänze. Dabei habe ich eine trockene Haut, die versucht zu fetten, damit sie nicht mehr so trocken ist. Das heißt, ich könnte das da schon gar nicht selber einschätzen, was für einen Hauttyp ich habe. Deswegen ist hier die Frage, sende deine Ärztin die vor, ob die hier weder aus seinem Syndrom beschreibt, am besten wie können wir die helfen. Wahrscheinlich werden sie es dann auch analysieren, was du halt genau hast und sie sehen es ja auch anhand deines Bildes hier. Okay, genau, sie sehen anhand deines Bildes, was für eine Haut du hast. Okay, I understand, genau, weil selber könnte ich das gar nicht, ich könnte es selber gar nicht definieren, was ich für eine Haut hatte. Lädst drei Bilder hoch, dann wird das analysiert und du bekommst einen personalisierten Behandlungsplan sowie ärztliche Unterstützung, bis dein Hautziel erreicht ist. Und bei Akne-Behandlungen gibt es sogar eine Geld-zurück-Garantie, wenn die Behandlung nicht funktionieren sollte. Also richtig krass. Ich freue mich gerade einfach, das mit einem Behandlungsplan endlich mal richtig anzugehen und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass meine Haut besser geworden ist. Ja, viel besser. Startet am besten eure eigene Haut an. Aber sie hatte eh schon eine gute Haut. Mit dem Link in meiner Beschreibung könnt ihr das machen. Und wenn ihr meinen Code DESY benutzt, bekommt ihr 40% Rabatt auf die ersten beiden Behandlungsmonate. Deswegen schlagt schnell zu, denn dieser Code ist nur für eine Woche aktiv. Kommen wir zurück zu Essina, denn bei ihr war es diese Mischung aus einem inspirierenden und gesunden Lebensstil und gleichzeitig war sie einfach hübsch und sympathisch. Und diese Faktoren machten sie zur perfekten Influencerin. Weshalb sie auf Instagram über 500.000 Follower bekam, was zu der Zeit, also im Jahr 2015, wirklich sehr viel war. Und weshalb sie auch einer der ersten Influencer war, die so gut für Werbung bezahlt wurde, dass sie davon leben konnte. Und nicht nur das, 2015 wird sie dann auch noch von einer der bekanntesten und erfolgreichsten Modelagenturen der Welt unter Vertrag genommen. Nämlich IMG Models. Ähm, ihr wisst ihr, dass ich eben mit IMG mit dem großen Traum verabschiedet habe. Und Essina erreicht damit ihren großen Traum, denn sie ist jetzt nicht nur Instagram-Model, sondern auch noch ein richtiges Model. Essinas Leben scheint perfekt zu sein. Als dann plötzlich auf dem Zenit ihres Erfolgs etwas passiert, womit keiner rechnet. Im November 2015 lädt sie ein Video hoch, was den Verlauf ihrer Karriere komplett verändern würde. Der Breakdown. Nämlich das Video, was ihr letztes YouTube-Video werden soll und wo sie ankündigt, dass sie mit Social Media aufhören wird. Denn oben an der Spitze angekommen, wird ihr auf einmal einiges klar. I was surrounded by all this wealth and all this fame and all this power and yet they were all miserable. Oh ja, viele. And I had never been more miserable. I'm the girl that had it all and I want to tell you that having it all on social media means absolutely nothing to your real life. Ja, also das definitiv. Also das kann ich euch auch so sagen. Ich glaube, Geld macht definitiv sorgenlos und an einem gewissen Punkt auch in dem Sinne glücklich, aber nicht Glück in deinem Leben. Das kannst du dir nicht kaufen. Du stumpfst irgendwann ab. Du freust dich auch auf nichts mehr. Kannst dir irgendwie alles leisten. Gerade wenn du irgendwie krass verschwenderisch damit umgehst. Und ich glaube, dass das einfach nicht das erfüllt, was du im Leben eigentlich wirklich brauchst. Und dann eifern aber andere etwas nach, was für sie so happy und toll wirkt, obwohl sie gar nicht hinter die Fassade gucken können. Das ist immer so absurd. Man möchte eigentlich immer das haben, was man nicht hat. Wenn man es hätte, wäre man auch damit unglücklich. Aber das Phänomen kennt man ja von ganz, ganz vielen Leuten. Und dann wirst du immer mehr und mehr und dann wirst du immer mehr. Und hier muss noch mehr und hier noch mehr Follower und hier noch mehr Geld und hier noch mehr dies, dies, das. Und ich glaube, dieses Unerschöpfliche und sich nicht auf das Leben zu konzentrieren, irgendwie tolle Dinge zu erleben, an die du dich erinnerst. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich hatte das Glück und das Privileg, eine wundervolle, tolle Kindheit zu haben. Das haben nicht alle Menschen da draußen, das ist mir bewusst. Aber wenn ich an diese Zeit zurückdenke, muss ich sagen, boah, das war einfach geil, als Kind sorgefrei zu sein. Das war einfach eine tolle Zeit. Und man schafft sich solche Momente einfach im Erwachsenenalter viel zu wenig. Und meine Schwester ist tatsächlich so eine richtige, die genießt so viele Dinge. Bei denen ich vergessen habe, zu genießen. Die freut sich auf so viele Kleinigkeiten. Das finde ich ganz schön und inspirierend. Und da möchte ich gerne auch hin, dass ich mich einfach über so Kleinigkeiten freue im Leben. Ich habe mich gefreut im Frühling, als wieder die Blümchen gewachsen sind. Das fand ich sehr schön. So Kleinigkeiten einfach zu schätzen. Im Leben jetzt zu sein. Nicht in der Vergangenheit. Nicht in der Zukunft. Im Jetzt. Und das wieder so ein bisschen mehr hinzukriegen. Fände ich schön. So einfach machen. Nicht drüber nachdenken. Denn auf einmal befindet man sich in einer oberflächlichen Welt, wo alles sich nur noch um Social Media und um Zahlen handelt. Deswegen habe ich auch zum Glück nur mit Leuten Kontakt, auch in meiner Bubble, in meiner YouTube-Branche, wo es nicht nur darum geht, wo man wirklich auch aufnimmt, weil man Bock drauf hat. Gerade im Gaming kann ich das natürlich sehr leicht sagen, weil man hat Bock, mit seinen Freunden zu zocken. Und ich möchte nicht mit Leuten abhängen, wo es ständig nur um Reichweite, größer, Geld, dies, das geht. Sondern ich habe wirklich Leute. Ich war manchmal auf Influencer-Partys. Also ich habe wirklich Leute, mit denen ich da wirklich Spaß habe. Und ich war auch teilweise auf manchen Influencer-Partys, wo ich dachte, ich bin keine Influencerin. Weil sonst würde ich mich hier wohlfühlen. Ich finde es ganz schrecklich oberflächlich hier gerade. Ich finde es unfassbar schlimm, wie gerade jeder denkt, er wäre besser, weil er mehr Follower hat und muss jetzt erkannt werden. Das war ganz, ganz eklig. Da war ich schon auf ganz ekligen Partys, wo ich ganz froh bin, dass ich da nie wieder hin muss. Und es war auch tatsächlich damals mehr die Instagram-Bubble. Es war nicht die YouTube-Bubble, es war die Instagram-Bubble. Es war so schlimm für mich und ich werde nie wieder auf so eine Party gehen. Da zählt auch nicht das Motto, dabei sein ist alles. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Everything I did was for views, for likes, for followers. Sie richtet dieses Video an ihr zwölfjähriges Ich. Denn als Zwölfjährige dachte sie, wenn sie viele Views kriegt, dann wird sie wertgeschätzt und glücklich sein. Es war nie genug. Du denkst, dass 100.000 Fotos auf Instagram-Bubble wäre unglaublich. Ja, es war für den Tag. Aber dann willst du 200.000. Sie ist traurig, dass die zwölfjährige Essina, statt ihren kreativen Hobbys und Leidenschaften nachzugehen, sich stattdessen mit Zahlen online definiert hat. Ja, aber das ist halt das Problem. Und das ist auch das, was ja viele haben. Ich sage immer, ich glaube, manche YouTuber, Instagram und Co. haben höchstwahrscheinlich Burnouts. Aber ich glaube, manche verwechseln den Burnout ein bisschen mit einem Hype-Out. Denn ich glaube, dass viele, das habe ich jetzt über die neun Jahre oft beobachtet, dass Leute, die ihren Hype hatten, dann auf den Downfall nicht klarkommen. Und nach einem Hype kommt immer ein Downfall. Es ist normal, du kannst nie diesen Hype halten. Es wird immer erst mal runtergehen. Und dass so lange es runtergeht, bis der Schwenker hochgeht, sie diese krasse Überforderung und Angst haben vor der Irrelevanz. Und dass jetzt alles vorbei ist, dass sie komplett blockiert sind, keinen Content mehr machen können, komplett fertig sind. Weil man sich so durch diese Zahlen und Klicks definiert. Weil man denkt, das kann doch jetzt nicht vorbei sein. Oh mein Gott, ich habe so viel gearbeitet. Ich will, dass es bleibt. Und dass halt alle öffentlich zuschauen. Und dann gibt es wieder YouTuber, die machen 10 abgestürzte Instagramer oder YouTuber. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und den Druck kann ich natürlich nachempfinden. Aber der lässt auch mit der Zeit nach, wenn du in diesem Business lange bist. Weil du weißt, hey, es ist jetzt Sommer. Alle haben Sommerloch. Gerade im Gaming. Sommerloch. Wenig Klicks. Ganz normal. Geht wieder hoch. Einfach so ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Aber ich verstehe, was sie meint. Sie ist ja auch noch jung. Und dann hast du diese Aufmerksamkeit, dass sie so viel arbeitet. Du willst immer mehr, 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 mehr. Und das kenne ich. Ich wollte anfangs auf YouTube immer nur Game Keys. Hey, wenn Firmen mir mal Game Keys for free schicken, habe ich es geschafft. Hey, wenn Firmen mich mal auf Events einladen, dann habe ich es geschafft. Hey, wenn ich mal meine 10.000. Oh, ich habe die 10.000 Abos. Wenn ich mal 100.000 Abos. Oh, ich habe die 100.000. Wenn ich mal die 500.000. Oh, ich habe die 500.000. Okay, jetzt will ich die Millionen. Klar, du setzt dir immer weiter Ziele und Ziele und Ziele. Ich bin jetzt aber an einem Punkt, muss ich sagen, wo mir teilweise gar nicht mehr auffällt, wie viel Follower ich habe, weil ich nicht mehr darauf achte, sondern ich jetzt in einer sehr privilegierten Position bin, in der ich sagen kann, ich mache den Content, der mir Bock macht. Und ihr glaubt nicht. Ich war früher echt verrückt, was meinen Kanal angeht. Ich hatte früher nur einen Kanal, meinen Gaming-Kanal. Und ich wurde so krass durch den definiert, weil ich war die erste deutsche Gamerin mit der Million. Ich war so voll im Mittelpunkt und all eyes on me. Und das war Druck. Das war einfach Druck für mich. Und da wollte ich natürlich performen. Und als ich mich entschieden habe, auf diesen Kanal nicht mehr die fünf Videos zu bringen, sondern die zwei. Und ich wusste, das würde auf Dauer jetzt erstmal den Kanal killen. war es für mich trotzdem irgendwie eine Erleichterung, weil ich hatte noch meinen Zweitkanal, der gut lief, und meinen dritten Kanal, den ich liebe, den hier. Und das hat mir so gut getan, mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil wenn da auf dem Hauptkanal mal ein Video, eine 10 von 10 war, und ich lief, ich dachte, meine Karriere ist over. Es war aber noch gerade in den Anfang. Heute ist es nicht mehr so. Es ist okay, wenn es mal eine 10 von 10 ist. Mich interessieren diese Zahlen nicht mehr so. Auch auf Twitch. Keine Ahnung, wie viele Follower ich da gerade habe, wie viele Zuschauer. Aber es ist mir egal. Aber es hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und ich wusste, ich habe meinen Job, ich habe meine Ausbildung, ich kann jederzeit zurück meinen alten Job. Und ich mache das hier schon eine Weile. Und da möchte ich nicht wissen, wie so ein junges Mädel wie sie mit 18 das belastet. Dieses All eyes on me. Und jetzt ist vorbei. Und ich möchte immer mehr, mehr, mehr. Und Leute sind nett zu mir. Und so. Und dieses halt. Deswegen. Das ist ein Druck, den man nicht unterschätzen sollte. Und deswegen sage ich immer, seid alt genug, bis ihr euch in diese Branche stürzt. Ja, und du weißt halt auch nie, wer ist nur nett zu dir, weil er irgendwas von dir will. Oder wer ist wirklich nett zu dir. Du weißt es nicht. Du weißt es einfach nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Auch für sie kann ich mir schon sehr vorstellen. Aber immerhin hat sie diese Einsicht jetzt. Jetzt, ich muss sagen, was mir an YouTube echt gefallen hat. Ich habe YouTube auch mit einer Zeit angefangen, wo ich einfach auch nicht das größte Selbstvertrauen hatte. Ich glaube, so fangen viele YouTuber an. Beziehungsweise, ich habe mit YouTube auch vor allem angefangen, weil ich eigentlich ursprünglich bei Gaming-Firmen mich damit auch bewerben wollte. So als Goodie und sagen wollte, guckt mal, ich spiele auch eure Games. Ich bin eigentlich eine Gamerin schon voll lang. Aber mir hat YouTube richtig Spaß gemacht und ich wurde erst richtig erfolgreich auf YouTube. Und das hört sich jetzt übel kitschig an, aber das ist so. Ab dem Punkt, ab dem ich drauf geschissen habe, was andere Leute über mich denken und vor mir halten und ich so bin, wie ich bin. Und deswegen muss ich sagen, YouTube ist für mich einfach Broadcast Yourself. Man muss sich nicht verstellen. Und das fand ich so geil und ich habe mir immer gedacht, was bringt es mir, wenn ich mich verstelle und am Ende eine Audience habe, die nicht mich will. Und als ich dann angefangen habe mit meinem, ich habe ja schon Dirty Humor, meinen dummen Witzen, habe gemerkt, hey, es gibt da echt Leute, die mich für meine Art feiern und mich cool finden, so wie ich bin. Oder ich in meinen Streams komplett verpeilt und verrotzt da sitzen kann mit einem Knödel auf dem Kopf und meinen weiten Kleidung. Und Leute lachen und schauen gerne meine Spiele mit mir mit, weil ich muss immer, wenn ich Computerspiele spiele, es muss mir immer jemand zuschauen. Ich werde immer jemanden neben mir haben. Da habe ich richtig gemerkt, das hat mir so gut getan und das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben wieder, der mir von Leuten genommen worden ist, die mich oft aufgrund meines Aussehens einfach fertig gemacht haben. Und hier war ich auf einer Plattform, wo ich einfach wusste, es interessiert die Leute nicht, ob ich einen Freund habe, es interessiert die Leute nicht, ob ich vergeben bin. Die Leute wollen unterhalten werden und Spaß haben und niemand kommentiert jetzt gerade dumm mein Aussehen und dafür bin ich euch allen sehr, sehr dankbar. Das ist sehr, sehr schön und auch ich habe am Anfang meiner YouTube-Karriere mir einreden lassen, du musst immer hot aussehen, du musst immer krasse Bilder auf Instagram posten, weil nur so wirst du groß. Und als ich diese ganze Scheiße, die mir eingeredet wurde, ist abgelegt habe, lief's und ich habe mich wohl damit gefühlt. Ich musste keine hotten Instagram-Bilder mehr posten, weil Leute mir gesagt haben, du darfst nicht mit Gaming anfangen, du musst erst mit anderen Content, Real-Life-Content anfangen und Lifestyle und dann musst du auf Gaming umschwenken. Als ich das alles abgelegt habe, gesagt habe, nein, ich mag das alles nicht, ich mag kein Lifestyle-Content, ich mag kein Vlogging, ich mag Gaming machen, ich mache jetzt, was ich will, dann lief's. Also sich einfach selber treu bleiben und deswegen nochmal ein dickes Danke an alle, die hier sind, die mich unterstützen, die einfach mich so nehmen, wie ich bin und da wollte ich euch einfach nochmal Dankeschön sagen. Das finde ich sehr, sehr süß von euch und sehr lieb und dass ihr auch alle so wholesome seid und aufeinander acht gebt und einfach eine tolle Community seid. Also einfach Menschen, die aufeinander Rücksicht nehmen, das, was mir wichtig ist, dass das hier passiert. Das muss man euch auch mal sagen, ihr braucht jetzt gar nicht denken so, oh nein, sagt das nicht, doch, das muss ich euch sagen. Das sagen auch Kunden mir ganz oft, dass ihr ganz toll seid, deswegen vielen, vielen Dank, wirklich bleibt so, wie ihr seid. So, das machen wir weiter. Ja, und sorry, wenn ich es oft unterbreche, ich glaube auch manchmal, dass der Job, ich weiß nicht, ob er komisch macht, aber ich bin schon sehr viel zu Hause und arbeite und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ich weiß nicht, ob ich schon immer so war. Meine Familie und ich, wir sind immer so, wir hatten nie viele Freunde und waren nie so die mit, wir gehen oft mit Freunden unterwegs, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich jetzt viel unterwegs bin am Tag, meine Social Battery ist dann echt schnell weg. Also wenn ich jetzt sechs Stunden socialize mit Leuten, I'm gone. Und ich bin einfach jemand, der sehr gern auch zu Hause ist, aber ich brauche auch immer wieder jemanden, der mich rausholt und mir andere Leute zeigt und da merke ich immer, okay, das ist das Leben. Und das habe ich in den letzten Jahren so gelernt, auch mit der Sache, wo ich ein Jahr nach Australien gegangen bin, da bin ich mal raus aus meiner Komfortzone, weil ich war sonst nur zu Hause und habe gearbeitet. Das ist das, was sie sagt, man lebt immer nur auf dem Bildschirm und zu Hause, man verliert so ein bisschen den Bezug auf die Realität, gerade wenn du jeden Tag einfach hier vor dem Bildschirm sitzt und deinen Content produzierst, draußen scheint die Sonne. Klar, andere Leute arbeiten natürlich auch den ganzen Tag und draußen scheint die Sonne vom Büro, aber mein Tag fängt ja schon sehr früh an, ich fange um sechs an und ich sitze manchmal bis 23 Uhr hier. Und das ist manchmal halt schon so, ich komme dann irgendwie früh, hole meinen Kaffee, ess was, ess dann Mittag was und komme runter, oh, ist schon wieder dunkel. Und bin gar nicht draußen gewesen, weil du halt eben dann von zu Hause aus arbeitest und das über Jahre und dann gibst du dir auch kein Wochenende und das ist gerade was, was ich mache. Ich plane mir gerade meine Wochenenden frei und nehme was Schönes, komme raus und das tut mir so gut. Und ja, ich habe mich manchmal echt gefragt, bevor ich das gemacht habe, wen würde ich eigentlich einladen, wenn ich mal heiraten würde oder einen Geburtstag feiern würde. Wer würde überhaupt kommen? Außer meine Familie, meine ganz engen Freunde, aber wenn ich so andere anschaue, die haben so viele Freunde. Also ich glaube, wenn ich mal heiraten sollte, da kommen nicht viele, aber gut, man sagt ja auch oft lieber wenig Leute, die hinter dir stehen als viele. Und vor allem auch Leute, die wegen mir kommen und nicht wegen meiner Reichweite. Aber ja, ein ganz langes Gelaber heute hier, sorry. Denn neben der Social Media Kritik kritisiert sie allgemein, wie wir den ganzen Tag auf unseren Handys sind. Ja, und da muss ich sagen, ich mache gerade ganz radikalen Handyverbot. Mich nervt es extrem. Wenn ich genötigt werde, einen Film zu schauen, zweieinhalb Stunden, der mich nicht interessiert, weil es mich Zeitverschwendung ist und ich hasse es, wenn man nur am Handy hängt. Ich glaube, ich kenne ganz viele Leute und ich mache Social Media, die kein Social Media machen und mehr am Handy hängen als ich. Und das nervt mich so. Ich sage immer Handy weg jetzt. Handyverbot. Ich bin jetzt da. Red mit mir. Hallo, hallo, Handy weg. Das macht mich irre. Ich habe echt mein Handy nur für mein Business und so privat schaue ich eigentlich in letzter Zeit gar nicht drauf. Ich esse dann, ich mache meinen Sport, da höre ich vielleicht einen Podcast. Aber so auf TikTok und Co. bin ich gar nicht mehr. Und es nervt mich sehr, dass du mit Leuten am Tisch sitzt und die schaffen es nicht mal drei Minuten nicht aufs Handy zu glotzen. Das ist echt irre. Das ist auch was, was ich mir echt abgewöhne. Und ich muss noch mal sagen, für mich ist dieser Job ein absolutes Privileg. Ich würde es immer wieder machen, weil es ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Ich glaube, ich bin auch der Typ dafür, weil ich jetzt niemand bin, der krass rausgehen muss, mit Freunden immer socialisen muss. Ich glaube aber für andere Leute, die bemerken, ich bin aber jemand, der das braucht, wird dieser Job schwer. Das heißt, ich glaube, dieser Job ist definitiv für manche auf dem Leib geschnitten, für manche aber gar nicht. Eine Message, die wohl die wenigsten Leute befolgt haben. Trotzdem hatte es Sina eine Mission, die sie durchzog. Das Einzige, was sie noch gepostet hat, waren Videos, wo sie mit ihrem Leben als Influencer abgerechnet hat. Und diese Videos hat sie ausschließlich auf Vimeo gepostet, weil sie sich nicht mehr nach YouTube und dem Algorithmus richten wollte. Besonders spannend ist aber vor allem, was sie daraufhin aus ihrem Instagram-Kanal gemacht hat. Erstmal ändert sie ihren Instagram-Namen um zu Und beginnt der Reihe nach, all ihre 2000 Posts zu löschen. Jahre voller Hingabe, Arbeit und Zwang. Eine Handvoll Bilder lässt sie aber drinnen und ändert dabei die Caption. Nämlich zu dem, was wirklich bei der Entstehung des Bildes geschah. Und yet another photo taken purely to promote my 16-year-old body. 16, krass. This was my whole identity that was so limiting, made me incredibly insecure. You have no idea. Krass, sie war da erst 16. Zum Beispiel schreibt sie unter diesem Bild, dass sie über 100 Bilder in einer ähnlichen Pose gemacht hat, in der Hoffnung, dass ihr Bauch gut aussieht. Ja, auf sowas hätte ich gar keinen Bock. Ich könnte auch mit jemandem zusammen sein, der mich zwingt, im Urlaub die ganze Zeit Fotos von der Person zu machen. Nur damit das perfekte Foto rauskommt. Dass sie an dem Tag kaum etwas gegessen hat und ihre Schwester angeschrien hat, bis sie ein Bild bekam, was sie mochte. Hashtag Goals. Und ja, wenn man in so einem jungen Alter mit so einer toxischen und oberflächlichen Welt konfrontiert ist, wundert es nicht, dass es Sina sich dazu entschied, ihre 612.000 Instagram-Follower, 260.000 YouTube-Follower und 60.000 Tumblr-Follower aufzugeben. Ja, ich glaube, was ich auch jedem empfehlen kann, also ich habe echt Respekt vor Fitness-Content und vor Beauty-Content, weil da geht es komplett um dein Aussehen oder so Klamotten, Fashion-Zeugs. Ich glaube, ich würde nichts mehr machen wollen, wo es um mein Aussehen geht, wo ich auch dieser dumme Tipp von Kollegen, ja, guck, dass du irgendwie tolle Fotos machst, weil dann, ja, man kann mal ein schönes Foto von sich hochladen und auch alle, die das machen, so do you. Für mich ist es nichts, weil ich möchte nicht wegen meinem Aussehen oder ob Leute mich toll finden oder nicht beurteilt werden. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte nicht wegen meinem Aussehen, dass Leute das kommentieren, wenn ich mal scheiße aussehe, wenn ich wieder einen Herpes habe, wenn ich denen nicht fit genug bin, wenn ich denen zu dünn bin, wenn ich denen zu dick bin, ich will das einfach nicht. Oder wenn ich alt bin oder Falten habe, ich will nicht, dass Leute, dass das der Vordergrund ist, warum ich hier auf dieser Plattform bin. Und das war eine ganz, ganz wichtige Entwicklung für mich, dass ich sagen kann, ich stelle jetzt nicht dieses Aussehen in den Vordergrund. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, es soll immer einen Effekt haben. Warum mache ich Dinge? Aus den und den Gründen so. Es soll immer etwas mit sich bringen. Zum Beispiel mache ich gerade sehr, sehr viel Sport für eine Serie, die ja ab September hier launcht. Das mache ich aber nicht, um so und so auszusehen, sondern ich brauche gewisse Skills für gewisse Dinge. Und das ist auch der Fokus. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ja klar, der Körper kommt dann halt mit sich, aber ich habe trotzdem noch Zellulie, die zweiten Grades. Und das juckt mich aber einen Scheißdreck, weil ich bin jetzt extrem fit, habe viel Ausdauer. Das ist der Fokus. Und ich glaube, dann das so anzugehen, ist ein Punkt, der mir viel besser gefällt. Und vor allem sitze ich den ganzen Tag vor dem PC. Ich muss Sport machen, weil ich habe schon im Rücken gemerkt, mein Rücken tut weh. Ich muss mich bewegen. Sonst wird es hier auf Dauer nichts mehr. Um das Ganze einfach mal so zu betrachten, dann macht nämlich Sport auf einmal auch echt Spaß, finde ich. Wenn du dich viel mehr auf die Challenges im Sport konzentrierst, wie ich will jetzt einen Klimmzug schaffen, darauf arbeite ich hin. Und ja, der Körper ist dann ein nettes Beiwerk, aber es steht nicht im Fokus. Es steht der Skill und das Können im Fokus. Und das finde ich ein sehr netter Ansatz. Genau deswegen seid gespannt ab September. Es wird wild. Ich freue mich. Und es war sehr anstrengend, möchte ich hier nochmal sagen. Aber nein, das war noch nicht alles. Denn im Jahr 2019, vier Jahre nachdem sie sich komplett von Social Media zurückgezogen hat, meldet sie sich plötzlich in einem Interview mit der YouTuberin Tiffany Ferg zurück. Denn natürlich gibt es ein paar Dinge, die sie am Influencer-Dasein vermisst. Und ja, vielleicht war es Sina damals auch noch nicht ganz klar, was sie zwischen den ganzen negativen Sachen auch hatte. Ja, ich glaube halt, du kannst aus deiner Reichweite echt was Gutes machen. Wir haben leider hier echt viele Leute online, die aus ihrer Reichweite nichts Gutes machen. Aber du kannst mit deiner Reichweite echt tolle Sachen kreieren und machen und Leuten etwas mitgeben, Leute unterhalten. Ich meine, schaut euch mal die ganzen Videos von Julian Bam an. Das ist doch insane, was der da macht. Der hustelt einfach so viel für so krass geilen Content. Content, der uns durch schlaflose Nächte hilft, der uns ablenkt. Also man kann ja auch mit seiner Reichweite Leuten echt was Gutes tun. Man kann wichtige Messages gerade an die Leute mitgeben, über Dinge diskutieren, auf Dinge aufklären. Du kannst, es ist so ein Privileg, diese Reichweite zu haben und die gut zu nutzen. Und ich glaube, es würde vielen gut tun, wenn sie das nicht nur auf ihr Aufsehen aufbauen würden, sondern auch wegen ihrer Art, dem, was sie sind und was sie zu sagen haben. Ich glaube, das ist nochmal viel mehr etwas Belohnenderes, als wenn es immer nur um das Optische geht, kann ich mir vorstellen. Weil das bist ja du. Du kannst was für deinen Charakter und für dein Wissen und für alles, aber fürs Aussehen kannst du halt einfach nichts. Klar kannst du was dafür, ob du irgendwie jetzt auf dich achtest und dich pflegst, aber du kannst nichts für dein Gesicht, du kannst nichts für deinen Körper, der ist, wie er ist. Und ich glaube, dass das dann auch nochmal sehr schön sein kann und sehr belohnend, wenn du da einfach Dinge mitgibst. Du wirst nicht wissen, was es ist, Leute zu haben, die wirklich zu hören, die wirklich alle Worte, die du geschrieben hast, die wirklich Zeit nehmen, um zu sagen, wow, ich liebe deine Meinung, oder wow, das hat mich das zu denken. Ja, und ich freue mich sehr vielmehr auf diesen Drittkanal-Videos, wenn ich zum Beispiel wie letztens bei Oatly so viel über das Thema Veganismus wieder von euch gelernt habe. Zum Beispiel auch dieser Irrglaube von wegen, dass man ja Urwälder für Soja abholzt, obwohl es eigentlich nur der Großteil an Wäldern, die man abholzt, für Soja essen, für Tierfutter ist, damit die gefüttert werden zum Töten. Das ist ja absurd. Oder auch der liebe Ben, der alias Maulkosplay, hat mir auch auf das Video so viele interessante Sprachnachrichten geschickt, weil der ist voll im Thema Veganismus drin. Der hat mich so aufgeklärt und da wollen wir nochmal zusammen ein Video machen. Also man lernt auch so viel voneinander, das finde ich ja so cool. Oder auch zum Beispiel eure Meinungen zu gewissen Themen zu hören. Ihr beleuchtet Dinge manchmal ganz anders, wo ich denke, ja klar, das habe ich ja gar nicht bedacht. Einfach so auch bedachter zu werden, aus verschiedenen Winkeln, Situationen zu betrachten. Man kann ja so viel voneinander lernen, indem man einfach nur zuhört. So auch wenn jemand eine ganz andere Meinung hat. So die kommt ja von irgendwo her. In diesem Interview redet Essina sogar über ihr Comeback, nämlich unter anderem mit ihrer Webseite Authority Within und mit einem Podcast. Und kurz nach dem Interview hat sie sogar ein Comeback auf Instagram gestartet und erstellt einen Account unter dem Namen Essina O'Neill WTF und postet ein Bild mit folgender Caption. Also ich komme wieder online zurück. Ich habe Angst. Und vielleicht ist es genau diese Angst, weshalb sie am Ende nichts davon durchziehen konnte. Denn die Webseite ist mittlerweile offline und auch ihr Instagram Comeback verlief eher so semi. Denn gerade einmal 2000 Follower konnte sie damit machen, bis sie ihn wieder gelöscht hat. Und auch von dem geplanten Podcast konnte ich nichts finden. Es scheint wirklich so, als hätte sie nichts von ihren Plänen wirklich durchgezogen. Ja, aber es ist halt so, es ist Leben. Also ich denke mir oftmals, du lernst dich an deinem Leben selber kennen und wenn sie gemerkt hat, das Leben Influencer war cool, aber ist nichts für mich, möchte ich nicht mehr, ich möchte ein normales Leben, dann war das ihre Erfahrung. Man kann ja verschiedene Bereiche ausprobieren und dann merken, es ist nichts für mich. Außer so eine Kacke wie, außer zum Beispiel über gewisse Dinge sollte man sich schon mehr Gedanken machen, weil ich finde zum Beispiel, sich jetzt auf Onlyfans mal auszuziehen, um zu sagen, man hat es probiert, schwierig, weil diese Bilder wirst du nie wieder los. Also man muss sich auch bedenken, was für Konsequenzen haben gewisse Dinge, die ich ausprobiere. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so fatal, wenn du sagst, ich möchte jetzt mal irgendwie das Studium ausprobieren und breche es nach dem ersten, zweiten Semester ab, weil ich sage, oh mein Gottes Willen, das ist ja ganz anders, als auf der Website beschrieben war. Also hier auch ein Tipp redet mit den Studenten von der Uni, was ihr da wirklich so macht. Aber klar, halt zu sagen, hey, das war nichts für mich, das war mir alles zu oberflächlich, bin ich glücklich, ich möchte was anderes in meinem Leben, ist ja auch schon eine wichtige Erkenntnis, die viele nie haben. Also in dem Sinne, ich bin schon eigentlich immer der Fan, der, ich sage schon immer eher, probiert Dinge aus, bevor du dich dein Leben lang fragst, wie wäre, wenn, aber überlege es dir gut, weil gewisse Entscheidungen wirst du vielleicht, wenn du merkst, es ist nichts für dich, am Ende bereuen. Also das dann auch wirklich, sich Gedanken zu machen, muss ich das jetzt wirklich ausprobieren, wenn es nicht klappt, sind dann zum Beispiel Onlyfans-Account-technisch irgendwelche Nacktbilder von mir online und mich konfrontieren immer irgendwann meine Kinder damit oder meinen Ehemann oder sonst wer. So, einfach da ein bisschen zu evaluieren, finde ich ganz, ganz wichtig und zu gucken. Ansonsten sage ich immer, try it, probiert es aus und dann merkt ihr, es ist nichts für euch. Aber geht nicht all in, sondern habt immer einen Plan B, zweigleisig fahren. Ich habe YouTube auch gemacht während meinem Bachelor und Master und während dem Job. Das war unfassbar anstrengend, aber ich habe dafür nichts geopfert, weswegen es nicht schlimm gewesen wäre, wenn es nichts geworden wäre, weil ich es auch aus dem Ursprung gemacht habe. Ich möchte mich für Gaming-Firmen bewerben und habe es als Hobby gemacht, weil es mir so Spaß gemacht hat. Aber ich wusste, ich muss dafür weder meine Ausbildung abbrechen, ich muss dafür weder mein Studium abbrechen, ich ziehe das einfach alles parallel durch und habe es ausprobiert. Und wenn es scheiße gewesen wäre und die Leute haben in der Uni mich alle immer ausgelacht, by the way, hätte ich es halt wieder gelöscht. By the way, wer ein Podcast hingegen bis heute voll durchgezogen hat, ist natürlich, Leute, mein Podcast mit Tom, nämlich Nieren und Bubble Tea. Da tauchen wir jede Woche in die aktuellen Internet-Bubbles, damit ihr auch weniger am Handy seid und trotzdem immer mitreden könnt. Ich werde übrigens auch immer sehr viel gefragt wegen dem Podcast. Erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal den September überleben mit den ganzen neuen Sachen, die da so kommen. Vielleicht mal Ende des Jahres mir Gedanken darüber zu machen, aber ich möchte keinen Podcast haben. Es sollte, wenn dann, etwas sein mit einer Person oder alleine, der viele Themen abgreift und Leuten etwas bringt. Aber ich weiß noch gar nicht, was. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, weil mich jetzt echt schon viele gefragt haben und auch einige Anbieter schon lange auf mich zugekommen sind. Aber ich hatte irgendwann so ein bisschen die Lust verloren an Podcasts, weil es gefühlt jeder macht. Und ich finde, es gibt sehr viele. Aber falls ihr irgendeine Idee habt, haut es mir gerne rein. Ich bin da eh noch so ein bisschen ganz entspannt am Überlegen, am Gucken, ob ich das will, ob ich es nicht. Weil ich bin schon eine Labertante. Ich kann echt schon viel labern. Und ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß dran und habe auch echt interessante, tolle Leute, mit denen ich auch echt Dinge besprechen würde, die sich so, glaube ich, viele nicht trauen. Was ich, glaube ich, sehr wichtig finden würde. Aber wir gucken einfach mal. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel versprechen. Zurück zu Essina, denn das Einzige, wo man ein bisschen von ihrem aktuellen Leben mitbekommt und wo sie aktiv zu sein scheint, ist ihr Pinterest-Account mit 1300 Followern. Und eigentlich scheint Essina dieses Comeback gewollt zu haben, denn sie war diejenige, die die YouTuberin damals angeschrieben hat. Und sie planten sogar, mehrere Videos zusammen zu machen. Daraus ist aber ebenfalls nichts geworden. Mittlerweile sind vier Jahre vergangen und man hat nichts mehr von Essina O'Neill gehört. Ich glaube, dass Essina schlussendlich zur falschen Zeit und in einem falschen Alter in diese Welt von Social Media geraten ist. Nämlich zu einer Zeit, wo alles noch neu war, es kaum irgendeine Aufklärung dazu gab, wo Brandy in Melville-One-Size-Klamotten und dünne, perfekte Tumblr-Bäuche das Nonplusultra waren. Es ist so schade, denn viele ihrer Ansätze und Aussagen sind heutzutage relevanter denn je. Und diese Stimme, die sie 2015 erhoben hat und damals noch kaum Gehör fand, würde heutzutage einfach komplett anders aufgenommen werden. Sie war meiner Meinung nach wirklich ihrer Zeit voraus und das wohlgemerkt mit gerade einmal 18, 19 Jahren. Ja, sie hat ja mit 16 schon gepostet, ne? Und auch wenn sie online nicht mehr zurückkommt, sollte ihre Message spätestens jetzt gehört werden. Ja, finde ich auch. Deswegen sage ich euch immer auch mit TikTok und Co., fangt nicht zu früh an. Ich glaube, dass das alles nicht gut ist. Kreiert erst mal eine eigene Persönlichkeit, wisst, was ihr wollt im Leben. Lebt erst mal das Leben, wie es ist und geht da nicht zu früh rein. Es gibt auch viele unangenehme Gefahren und Dinge, die euch, glaube ich, nicht gut tun werden. Und ich glaube, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mit eurer Lieblingsperson das Leben zu tauschen, würdet ihr spätestens nach einer Woche sagen, um Himmels Willen, was ist denn das für ein Fiebertraum? Also beispielsweise meine Schwester sagt immer, ich habe ihr Albtraumleben. Weil ich halt sehr viel arbeite, sehr viel für mich bin, hier sehr viel produziere. Für mich ist mein Traumleben. Aber ich sage ja, ich verstehe, dass Leute, die mich kennenlernen, sagen, um Gottes Willen, ich will nicht tauschen. Und dass da auch viele sagen, ey, sorry, du steckst mir da zu viel Zeit rein, da habe ich keine Lust drauf oder das ist für mich schwierig. Oder das ist absolut verständlich. Deswegen, es muss einfach zu dir passen und du musst Bock drauf haben. Lebt euer Leben, wie ihr es wollt und seid ihr happy. Das ist wichtig. Guckt euch immer so viel nach links und rechts und was hat der andere, was habe ich nicht. Seid froh für das, was ihr habt. Und das Allerwichtigste, das wissen wir alle, ist sowieso die Gesundheit, die wir alle viel zu selbstverständlich nehmen im Leben. Und immer erst, wenn was passiert oder wir am liebsten verlieren, dann kommen wir wieder zurück und merken, wie privilegiert wir eigentlich sind. So, danke, dass ihr zugeschaut habt. Einen Daumen nach oben, ich mich sehr freut, ein Abo auch, eure Meinung. Und natürlich ist das Originalvideo wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns definitiv zu den nächsten Videos. Und ich bin sehr gespannt. Sorry fürs viele Brabbeln, aber ich glaube, da musste ich mal ein bisschen was raushauen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal.